Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Big Data. Ich bin Joris Dörner und ich bin Manuel Schmuck und wir führen dich durch diesen Kurs. Im ersten Modul schauen wir uns an, was überhaupt Big Data ist und was alles dahinter steckt. Im zweiten Teil, also im Modul 2, schauen wir uns das Thema Open Data an, also offene Daten, die für jeden zugänglich sind und die jeder nutzen kann. Und das dritte Modul ist ausschließlich dem großen Bereich Internet der Dinge, also IoT, gewidmet. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020